Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Ne, ne, mh-mh. Wir machen das heute irgendwie mal cooler. Da muss irgendwie mehr Pep rein. Ich glaube, ich hab da schon was. Okay, Moment. Und ich würde sagen, los geht's! Herzlich willkommen zu den dümmsten, schrägstich, lustigsten YouTube-Kommentare der Pause-Break-Kist. Und jetzt geht's los! Oh yeah! Das war mit Abstand das Schlechteste, was meine Ohren jemals zu hören bekommen haben. Und ich meine, ich hab das hier gehört. Ich vermisse deine Mate. Ja, wie gesagt, noch einmal ein herzliches Wortkommen zu einer neuen Folge. Die dümmsten, schrägstich, lustigsten YouTube-Kommentare. Und gar nicht lange rum. Wir fangen gleich an. Gar nicht lange rum, gar nicht lange rum. Was ist? Gar nicht lange rumreden. Wir fangen die Rede an. Das erste war das erste Video. Berlin bei Nacht. Vlog von Tanzverbot. Streich ihn einmal durch sein Haar. Hast du Backfett fürs ganze Jahr? Dann gehen wir direkt weiter zu einem nächsten Video. Diese Pizza ist Fake. Ebenfalls von Tanzverbot. Du Hurensohn, Alter. Wegen Pizza machst du ein Video. A-D-H-S-Pur. Naja, die Aussage von Marcel Skopien, dass er YouTube macht, weil es ihm Spaß macht und nicht wegen Geld, ist mehr Fake als die Pizza. Nächstes Video. Warum keine Videos mehr mit Leon Machère kommen von ApoRed. Warum die Affen die dümmsten Tiere der Welt sind, seht ihr in meinem neuesten Video. Entschuldigung, da waren, ich hab mich versprochen, in meinem neuesten Video von Rahmenwasser. Hab ich doch mal auf seinen Kanal draufgeklickt und hab dieses Video hier gefunden. Ich sage zu ihnen, ich hasse euch. Ich sage zu ihnen, es macht mich feucht. Sie sagen zu mir, such dir eine Freundin. Sie sagen zu mir, dann lebst du immerhin. Ich brauche keine Liebe in meinem Leben. Ich lass lieber meine Flüssigkeit an der Wand kleben. Könnt ihr mir sagen, was er uns damit sagen will? Also, ich nicht. Ja, 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 moin, Dislike. Alles gut, Dread? Kein Caps-Lock-Titel? Hey, wenn es dir nicht gut geht, geh bitte zum Arzt. Nächstes Video, Baden in Brennnesseln. Super Video. Von Leon Machère, ApoRed. Auf jeden Fall irgendeinen von denen zwei. Bade doch nächstes Mal in der Wichse von deinem Vater. Wir bleiben bei dem Video. ApoRed, das einzige Positive in deinem Leben war der HIV-Test. Nächstes Video rummachen. So geil war meine Party. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Kein Wunder, dass die 12-jährigen Mädchen so rumhuren und so aussehen, als würden die Porno-Darstellerinnen sein bei so einer Hure. Entführen-Prank geht schief von meinem lieben Kumpel Hera-J. Du hast dich mit der Face-Ine selbst gefickt, du Esel. Alles gespielt, du Elendiger. Du Faker, du Piecer. Nächstes Video vor einem Verlobungs-Prank von Simon Desue. Er schämt sich nicht mal dafür, einfach weiterzumachen. Kids zu verarschen. Das sieht doch ein Blinder, das ein Fake ist. Es ist so ermüdend schlecht. Man hört leider übel, dass es heilt und sie einfach im Nebenraum war. Wie schlecht. Den nächsten Kommentar habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Vielleicht versteht ihr ihn. Das ist unter dem Video von der größte Kaugummi der Welt von Bibis Beauty Palace. Macht ein Abdruck von Juli Ahns Penis Süß Selikon. Entschuldigung, ich habe absolut keine Ahnung, was du uns mit damit sagen willst, aber ja. Hey Bibi, mach dir doch mal ein Riesentildo und führ ihn dir rektal ein. Wäre natürlich geil, wa? Du kannst ja mal den größten Nutella der Welt. Warte, was? Du kannst ja mal den größten Nutella der Welt. Achso, nee, war schon so geschrieben. What the fuck, man, diese Rechtschreibungen. Du dumme, hässliche, verwöhnte Missgeburt. Hör am besten auf mit YouTube. Bitte. Ich bin neun Jahre alt, aber ich liebe euch. Mir ist ja schon wirklich viel vorgekommen, also wirklich viel unter die Augen gekommen, wie Leute die verschiedensten Wörter falsch schreiben. Aber wer zum Teufel schreibt Pizza bitte so? Macht doch mal die größte Pizza der Welt. Diese Rechtschreibung habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Vielleicht ist sie, vielleicht ist das ja die einzig wahre, richtige Schreibweise. So, ich habe mir, wie gesagt, vorhin, habt ihr ja gesehen, beziehungsweise gehört, habe ich mir ja diesen Rahmenwasser angeguckt. Dann habe ich noch ein anderes Video von ihm gefunden, warum ich Ausländer beleidige. Gut, und dann hat jemand einen Kommentar unten runtergeschrieben. Natürlich, schön, wenn er diese Meinung vertritt. Aber dieser Rahmenwasser ist ganz eindeutig einfach ein Troller. Das ist eine Computerstimme. Irgendeiner macht sich da einfach einen Spaß draus. Schlimm natürlich, wenn es wirklich so ist. Aber da gehen schon sehr, sehr viele Leute direkt darauf ein. Zum Beispiel der ja. Der, den du nicht kennst. Ganz ehrlich, du bist das bärnigste Stück Scheiße, das die Welt je gesehen hat. Nach Hitler, der wahrscheinlich dein Urgroßvater und dein größtes Vorbild ist. Ganz du bist doch einer von denen, die meinen, dass Flüchtlinge Frauen schlecht behandeln, aber selber keinen fünftigen Respekt vor Frauen haben. Lust auf ein kleines Spiel, du scheiß Rassist? Hier, finde den Ausländer. Hast du ihn gefunden? Nein? Das liegt daran, dass alle Menschen gleich sind, egal ob schwarz, schlitzäugig oder blond, behaart oder mit Glatze. Und die Nationalität ist auch scheißegal. Wir leben in Deutschland, verdammt nochmal. Ich glaube, in diesem Land haben alle, außer Idioten wie du, akzeptiert, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Aussehen und verschiedenen Kulturen friedlich zusammenleben können. Aber wenn du willst, kannst du ja ins Jahr 1940 und dein Urgroßvater Adolf besuchen. Ja, das waren dann auch leider schon die Kommentare für dieses Video. Wir sehen uns definitiv beim nächsten Mal. Haut rein und wie immer Tschüssi Kowski.